Willkommen zurück. Vor uns seht ihr unseren Knoblauch. Ich möchte euch 14 Fakten über ihn erzählen, die ihr unbedingt wissen müsst. Erstens. Unsere Knobel, Stinkzwiebel oder Alterswurzel, wie sie auch genannt wurde, wird seit über 5000 Jahren kultiviert. Zweitens. Im alten Ägypten gab man den Arbeitern, welche an den Pyramiden bauten, Knoblauch zum Verzehr für ihre Kraft und Ausdauer. Drittens. Die Griechen bezeichneten sie als stinkende Rose. Viertens. Unser Knoblauch ist ein Allrounder. Er schützt uns vor hohem Blutdruck, vor Herz- und Kreislaufproblemen und stärkt unser Immunsystem. Fünftens. Unsere Superknolle ist ein natürliches Antibiotikum. Sechstens. Der Verzehr von Knoblauch stärkt unsere Gehirnleistung. Siebtens. Knoblauch enthält Vitamin C, B6, Zink und Mangan, stärkt so unser Bindegewebe und unsere Knochen. Achtens. Unser Knoblauch erweitert beim Verzehr eure Gefäße. Er sorgt so für eine bessere Durchblutung am ganzen Körper, auch auf dem Kopf und so wirkt er gegen Haarausfall. Neuntens. Knoblauch hilft beim Muskelkater. Zehntens. Knoblauch hilft beim Abnehmen. Durch seine enthaltenen Inhaltsstoffe, Allicin, wird der Blutzuckerspiegel gesenkt und die Heißhungerattacken vermieden. Elftens. Matrosen nutzten ihn um den Hals getragen als eine Art Amulett, damit ihr Schiff nicht sank. Zwölftens. Bei den alten Griechen war er ein Brautstrauß. Dreizehntens. Was glaubt ihr, welches Land den größten Anbau verzeichnet? Circa 66% des Weltmarktes. China. Vierzehntens. Der 19.04. ist jedes Jahr ein besonderer Tag. Warum? Es ist der Tag des Knoblauchs. Also gehört diese Knolle auf euren Tisch. Habt einen wundervollen Tag. Bye-bye.